Alles klar, hab ich auch schon rumgewackt. Eigentlich müssen wir prinzipiell um mal hier die ganzen Achievements zu jagen. Achievement Run machen. So komplett ohne Motz und so weiter alles. Das müssen wir machen. Also wenn ihr drauf braucht habt, natürlich. Das war zumindest eine Idee die mir aufgekommen ist. Also sofern Transport Fieber nicht problematisch ist mit dem ganzen Mist. Und ihr Interesse daran habt, dass wir neben dem schönen Bauprojekt halt auch einfach mal so eine Art Achievement Hunter Serie mitmachen. Von Transport Fieber 1. Das sagen wir es mal einfach so. Dann schreibt gerne in die Kommentare.